hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play attack on titan tribute game ja ihr werdet euch wundern was ist das hier für eine map die kennt man ja noch gar nicht ja das ist eine kaste mit also von spielern selbst erstellte map ich glaube ich werde den link immer in video beschreibung packen wo ihr euch ja ich sage mal den den code für die map euch holen könnt diesen müsst ihr dann hierbei custom map hier in den level skript einfügen ja das werde ich euch die infobeschreibung machen und ja ich bin mir irgendwie unsicher warum es hier nur fünf titanen immer gibt aber keine ahnung ja ihr seht schon hier gibt es kanonen und kann man so abfeuern wenn es hier titanen in der nähen geben würde dann könnte man hier damit auch die titanen abschlagen aber diese gibt es hier leider nicht deshalb müssen wir erst mal welche suchen gehen und auf direkte konfrontation gehen ja ich bin schon einmal gestorben weil ich was testen wollte ja wir können sie erst mal die map hier ein bisschen anschauen müssen direkt die talen schätzchen gehen ich habe auf jeden fall so ein riesen baum ich bin jetzt die vorbeigehen ich hoffe ich war sehr cool aus dem web finde keine maillofi vielleicht gibt es ja oben dann noch ein schönes easter act, man weiß es ja nicht äh sieht aber nicht ganz so aus hier klimmen höchsten die höchste spitze des baumes zwar jetzt ein bisschen lame aber wir gucken wie hoch geht es eigentlich das geht ganz schön hoch nein 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 wir sind so weit oben jetzt jumpen wir herunter ok wir waren jetzt ganz oben auf der web war sehr lustig haben fast unser ganzes gasverbrauch es ist hier unten direkt unter uns ein zitan und den schätzen wir das wäre heute bei einer funktioniert wird es hätte wirklich bei einer funktioniert ein paar meter nach keine ahnung ist mir darauf geachtet ob wir rechts oder links von ihm standen dann hätten wir erwischt das hätte ja aber keiner ahnen können es sind gleich drei von auf drei auf einmal die krim ich jetzt haben sie mich gesehen machen wir gerade ein bisschen sorgen über mein um mein gas egal heute bin ich mal total auf risky jetzt verschwinde ich um mir gas zu besorgen ich hoffe nur ich gehe in die richtige richtung leute das wird wirklich knapp werden ah da müssen wir hin hat genau gereicht so jetzt müssen wir zurück gehen und den titan jahre muss ja hier irgendwo gewesen sein ok 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 in momen los in wohl heseired wie ich deine freunde gemäuchelt habe nur noch die frage wo der letzte ist da ich bin gerade aus der map geflogen und johnny hd ist jetzt mit gespau hinzugekommen sind also nicht mehr alleine wo ist er denn gewesen wo wir ja auch letztens und jetzt vor allem auf harte und abnormal gespielt haben da hätte ich unterstützung brauchen können aber jetzt hier wo ich eigentlich nur kurz die map zeigen wollte da kommen sie ja wieder auf denen hätte er mal ein bisschen mit kanonen ballern können yo 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 und johnny wurde gar nicht gerade gar nicht sicher ob sie respawn gibt vielleicht nicht geht wo sie fähig ist mich verarschen kann es nicht geben hier so zwei noch freunde der johnny ad typ der war irgendwo hier drüben oder muss ja hier irgendwo einer sein sind ja gleich beide ich habe mich nur warum wo ich vor uns gewonnen habe wie warum ich aus dem app geflogen bin das verstehe ich nicht so ganz mache ich denn hier hey kompassiert das immer ich habe keine ahnung so drüben wieder ich immer hier in der johnny waren das hier könnt ihr euch auch hier sind schön nur auch sehr nice so zeig mal was du kannst johnny adi aber er scheint den ernsten lang nicht zu kennen denn er gehört der gilde von dem game spielt also nur zum spaß wie ihr wisst ich bin natürlich um alle titan restlos auszulöschen er hat geschafft er hat einen titan gefüllt mit zehn schaden und speck der mann weiß was man tut was er tut halte der beine mein todesurteil gewesen sind nur war ich mich wo wir nicht für wahre münze genommen der titan sie haben gedacht ach das ist nur ein kleiner unbedeutender mensch dann kann ich es zeigen ich will er kann mir nix ja aber seid ihr falsch gedacht alter krass das war ein kill also da bin ich jetzt gerade echt stolz auf mich auch steht Diesen Kill muss ich mir unbedingt speichern. Hier bei Attack on Titan gibt es auch die schöne, da macht man ja bei jedem Kill immer so ein paar Screenshots aus verschiedenen Positionen und das ist eigentlich relativ nice. Boah, 24, das war lame. Uiuiui, Einglück ist der Johnny hier noch im Server gespawnt, äh, gejoint, der ist nicht die Swans, sonst hätte ich, hätte ich schon längst aufgehört und, äh, das wäre bei diesem, äh, ja, wie sage ich's, bei den normalen Kills gelassen, ich hab den 1000, die 1000 Kills niemals bekommen. Ich verstehe es immer nicht, warum, warum fliege ich da immer wohin? Grrrr. Ah, I don't do understand. Das war ein Felsen. Okay, das war irgendwo da drüben Macht denn er Kann sich ja noch nicht einfach so fressen lassen Ich glaube, das ist jetzt auch die letzte Runde Danach werde ich erstmal aufhören In dieser Episode auf jeden Fall Ich muss noch etwas vorproduzieren Oh Da ist ein Crawler, Freunde Meine Lieblings-Titan-Art Ja, und der Crawler tötet mich Und das war es dann, glaube ich, auch von dieser Folge Bis dahin Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen Und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag Ja, ich würde sagen, ciao